Easy Go Hallo Leute, Magstar hier Und heute geht's weiter in Ghost Recon Breakpoint natürlich Ja, wir werden natürlich Hill in den Höhlen finden, wie es hier natürlich steht Punkt ohne Wiederkehr, genau Hill in den Höhlen finden, er muss sich dort verstecken Genau, ja, wir müssen glaube ich jetzt gegen ihn antreten sogar Ja, Waffe, ja, ich habe jetzt da natürlich eigentlich die MP7, ich hoffe mal, dass es reicht Vor allem finde ich gut, die kann sehr schnell natürlich auch nachladen, wenn man wieder Munition braucht Dann würde ich mal sagen, schleichen wir uns hier rein und gehen wir zu Josiah Hill Genau, ja, dieser Verräter soll jetzt natürlich auch irgendwann bezahlen für das, was er natürlich gemacht hat So, ich gehe jetzt natürlich hier hin Das werde ich auch noch kurz öffnen natürlich, umso wichtiger Sehr gut Genau Okay Leute, ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier durch Falls hier irgendwo Gegner kommen Waffe sollte bereit sein Wo ist Diana Puri? Lebt sie noch? Ich habe noch nie jemanden kaltblütig ermordet Menschen ändern sich Das stimmt Jetzt verstehe ich, warum Walker den Laden übernommen hat Du verstehst es auch Was immer Walker wollte Was er mit den Leuten hier macht Ist nicht richtig und das ist nur der Anfang Hilf mir das zu beenden, bevor die Drohnen die Insel verlassen Oh, ist er auf unserer Seite jetzt wieder Da bin ich jetzt richtig gespannt Es ist schlimm Was mit den Leuten passiert Aber die Zeiten ändern sich Wandel schmerzt Aber wir tun das Richtige Zivilisten verprügeln Das ist eine komische Art von richtig Wofür hältst du dich eigentlich? Oh nein, die sind gegen... Die wollen nicht mal wissen, dass es dich gibt Ja, die sind gegeneinander Leute Definitiv Ich will auch keinen Applaus Nein Du willst hier die Welt retten Aber selbst Welt 2.0 Ist nur Blut Schlamm Und Scheiße Wir sterben Damit Leute wie Iyana Puri In ihrer Glitzerwelt leben können Wenn der Job das verlangt Du kannst nicht gewinnen Unser Wunderland ist mehr als Ein paar Inseln mitten im Nirgendwo Aber wenn du für Iyana Puri sterben willst Sie ist hier drin Neuer Hinweis, ja Genau So, wir haben ihn gefunden Leute Jetzt kannst Jetzt müssen wir richtig gut aufpassen Okay Okay Heal töten Folgen sie ihm Okay Leute Jetzt wird es richtig ernst Oh mein Gott ey Ich muss ihn jetzt töten Leute Sehr gut Alles sauber Was zum Shit Irgendwas stimmt hier nicht Umgebung durch Kim Die können sich nicht ewig verstecken Mist Scheiße Kontakt verloren Sie lokalisieren und neutralisieren Sehr gut Leute Die erledigen wir Kontakt Wir haben Fallkontakt So, jetzt muss ich durchgehen Leute Shit Shit Oh shit Oh sehr gut Leute Das ist eine gute Deckung Leute Oh mein Gott Wie konzentriert ich jetzt gerade bin Oh mein Gott Alter, das geht ja richtig hin und her So So Sehr gut Okay Leute Oh Sehr gut Leute Okay Jetzt ist schon mal etwas explodiert Kann ein Vor- oder Nachteil sein Je nachdem So Wie ihr seht Oh sehr gut Die eliminieren wir Leute Aber safe So Vorsicht In Deckung wieder Oh mein Gott Ey Da muss ich aber wirklich aufpassen Ey Das ist mega krass Jetzt hier in der Höhle Und das alles wegen Hill Ey So Leute Jetzt müssen wir uns richtig Richtig vorbereiten Leute Wir müssen jetzt Heal töten Ja Der kommt Leute Und wisst ihr was ich jetzt dagegen tue Ich mache jetzt folgendes Und zwar werde ich den Scharfschütze mal Dem werde ich mal ein Ende machen Sehr gut Oh hier ist er Leute Hier ist er Leute Jetzt mache ich das folgendes Ich werfe die Granate Jetzt muss ich gut überlegen Was ich tue Leute Okay Leute Jetzt entscheide ich mich So wir haben ihn Ja man War er gar nicht mal so übel So Suchen sie Heals Leiche ab Wir haben ihn Leute So Wie ihr gesehen habt Ich habe jetzt Endlich mal diesen 31er Diesen Josia Hill Endlich eliminiert So Den haben wir jetzt definitiv Ein für alle Mal erledigt Leute Okay Leute So jetzt muss ich da Aufpassen ne Das sind immer noch Gegner So Leute Wir haben es gemacht Jetzt muss ich da Die Aufklärung natürlich Beweismaterial an Hills Leiche Das ist eine Zugangskarte Die Ayana Puris Zelle öffnet Okay Leute Gut So Puri befreien Okay Leute Jetzt geht es weiter Wir müssen jetzt Puri befreien Wir müssen jetzt Alle diese Gegner Eliminieren Leute Egal auf welche Weise Und ich weiss glaube ich Auch schon wie ich das mache Ne 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 Nicht so Nicht so So Wir müssen ja An diesem scheiß Teil hier vorbei Und das geht natürlich Nur Wenn ich das natürlich Mit G schnell kläre Ne 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 Jetzt muss ich richtig Gut aufpassen Leute Jetzt mache ich folgendes Sehr gut Eliminiert Leute Oha Oh shit Oh shit Oh shit Ja Jetzt bin ich richtig am Arsch Ich weiss nicht wie ich die Eliminieren soll So Ich mache jetzt aber mal folgendes Leute ich gehe jetzt mal hier Oh mein Gott Ich hoffe ich kann den nach vorne locken Das wäre nämlich sehr gut Ich könnte es probieren Leute Abschuss sehr gut Eliminiert Okay Eine Rakete haben wir noch zur Verfügung Leute genau nur noch eine Rakete Den Gegner habe ich jetzt safe eliminiert Jetzt müssen wir nur noch diesen Gegner eliminieren Dann müssen wir die Zugangskarte Sollte ihre Zelle entriegeln Okay Gut Ich weiss auf jeden Fall Bescheid So Aber diesen einen Gegner Erledige ich noch Oh mein Gott So ich schalte mal dieses Licht aus Okay erledigt So Leute Die Gegner sind down Und wir haben die Zugangskarte Zum natürlich Wie gesagt Äh Pudi befreien Ja In der letzten Folge starb ja Äh Fox Und jetzt können wir sie endlich befreien Leute So Wir haben es geschafft Alles gut Ja Alles gut Sie gehören zu den Ghosts Die Aurora auseinandernehmen Ich bin Nomad Ich arbeite für J.S.Gell Und ich kannte Fox Kannte? Ist Fox Er wollte ihnen helfen Kam Yellow Lake in die Quere Harmony Sie ist so sicher wie wir alle Hören Sie Walker arbeitete mit einem Peter Miles von der CIA Ich schulde mal etwas Es gibt noch jemanden Ziemlich hohes Tier Es war sein Plan Die Drohnen einzusetzen Hat er einen Namen? Den haben sie nie gesagt Ich fürchte Da kann ich ihnen nicht helfen Ich muss Walkers U-Boot stoppen Scala und Madera haben einen Virus Der uns an den Drohnen vorbeibringt Aber wir werden ihn von ihrem Hauptsendeturm aus übertragen müssen Ich weiß wo der ist Walker hat jetzt sein Hauptquartier dort Sie haben nicht viel Zeit Gehen Sie Ich kann auf mich aufpassen So endlich haben wir Puri befreit Leute Das war ja schon mal sehr gut Und Josiah Hill Dieser 31er Haben wir endlich mal abgeknallt So Sehr gut Leute Ja Einsatz abgeschlossen Sie konnten Puri retten Und haben einen Weg gefunden Scale Virus Genau Äh Ja So Wir haben es geschafft Schauen wir was der nächste Einsatz ist Schachmatt Neuer Einsatz Oha Okay Jetzt Kommt dann Walker an die Reihe Leute den müssen wir auf jeden Fall auch noch Schachmatt setzen Ja Genau Ja Dann würde ich sagen War es das natürlich auch schon wieder für diese Folge War mega eine coole Folge Leute Und Eben wir nähern uns schon ziemlich dem Ende nah Wie ihr sehen könnt Und Josiah Hill haben wir jetzt endlich wie gesagt auch erlebt Ja Ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend Leute Macht's gut Und bis zum nächsten Let's Play Leute Haut rein Leute Und Tschüss